Musik Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved Ich habe viele besorgte Zuschriften bekommen von Zuschauern, die gesagt haben Du hast vier Bärenkinder, das wird nie funktionieren, du wirst die nie über den Winter kriegen Ja, irgendeins von diesen armen kleinen Babys wird sterben Ja, du hast nicht genug Essen, du kannst nicht genug Essen ranschaffen Ich habe das ernst genommen, was ihr mir geschrieben habt Ja, ich will natürlich nicht, dass ich eines von diesen kleinen niedlichen Dingern verliere Und zu diesem Zweck, kann ich euch mal kurz zeigen, habe ich hier oben zwei Tröge aufgebaut Ja, die beide wirklich vollgefüllt sind mit Fleisch Ja, da habe ich extra auch nochmal eine Extratour gemacht, dass ich hier wirklich bis an den Rand vollgefüllte Tröge habe Dann haben die kleinen Bären auch nochmal Backup-Fleisch im Inventar jeweils Ja, und die Tröge, die hier im Umkreis stehen, die sind auch nochmal vollgemacht worden Das kann ich euch auch nochmal zeigen Und zwar mit Fleisch einmal und auch nochmal mit Bären Natürlich, um da eben nochmal einen zusätzlichen Sicherheitspuffer zu generieren Ja, damit ich einfach, ja, ganz sicher sein kann Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal zwei Folgen zu je 20 Minuten was außerhalb von der Base irgendwie mache Dass dann genug Nahrung da ist für die Kleinen, dass die nicht verhungern können Ja, und ja, wie gesagt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, dass so ein tragischer Fall erst gar nicht eintreten kann Ja, also wie gesagt, hier zwei Tröge und die Tröge drumherum sind auch nochmal vollgemacht worden Also das darf eigentlich nicht passieren Oder es kann nicht sein, dass die hier sterben Also zumindest nicht während einer Aufnahme Und da es ja auch nicht sein kann Also das ist ja Singleplayer Also wenn ich offline bin, läuft die Zeit ja auch nicht weiter Das heißt, sie können auch nicht sterben, wenn ich offline bin Ich habe das jetzt immer so gemacht, damit die nicht ganz so langsam wachsen Habe ich immer mal, wenn ich jetzt hier gerendert habe oder so Habe ich mich dann einfach daneben gelegt Und habe einfach, ja, das durchlaufen lassen Damit sie halt auch mal ein bisschen wachsen Damit das auch mal ein bisschen schneller geht Deswegen haben die jetzt hier mittlerweile auch schon ein bisschen mehr Progress wieder Seit der letzten Folge Auch wenn es trotzdem immer noch ziemlich zähflüssig geht Ja, das dauert halt einfach lange bei den Bären Und auch hier der Der, die, die Zeit, bis sie sich wieder paaren können Ist auch immer noch sehr hoch Immer noch knapp 24 Stunden Hier bei Nessa sogar noch mehr Mehr als 24 Stunden Das ist ganz schön hart Muss man mal sagen Aber Nicht zu ändern Ne? Ja So, der Plan Ist Für diese Folge Oder für die kommenden Folgen Dass ich mir mal die Artefakte Organisiere Die ich brauche Um gegen den Gorilla zu kämpfen Damit wir das nicht wieder Kurz vor der Angst machen Ja, kurz vor Folge 400 Ja Dass wir das halt dann wirklich Machen Ja, jetzt schon Die nächsten Tage Dass ich mal wieder Ein paar Höhlen-Touren mache Und da habt ihr mir auch Tipps gegeben Und zwar habt ihr mir gesagt Dass der Ghillie-Suit dazu führt Dass nicht nur die Insekten mich schlechter sehen Sondern überhaupt auch alle Tiere mich schlechter sehen Das heißt Ich kann quasi An so einen Affen fast ranlaufen Und den quasi auch schon berühren Das stört den dann gar nicht Wenn ich einen Ghillie-Suit anhabe Oder so Und deswegen Werde ich jetzt versuchen Die Kombination Ghillie-Suit Bug Repellent Und Ja Vorsichtig durch die Höhlen gehen Ja, damit will ich es jetzt probieren Um möglichst schnell die Artefakte zu bekommen Also gar nicht so sehr Mit fetter Rüstung Und fetter Ausrüstung Also bei der Schneehöhle Muss ich es so machen Mit fetter Rüstung Und fetter Ausrüstung Und da muss ich auch nochmal gucken Dass ich diese Bowl mache Die dazu führt Dass ich nicht so schnell friere Dann kann ich nämlich auch Mit einer schönen Rüstung da reingehen Vorher brauche ich auch nochmal Ein bisschen Raketenwerfer-Munition dafür Die Schneehöhle Die wird am aufwendigsten Sag ich mal Ja, die wird echt am aufwendigsten Genug gelabert Ich würde sagen Ich schnappe mir jetzt Den nächstbesten Bären Ja Nehme mir noch Ein paar Bären auch selber mit Also mit den Bären Und werde dann Mal schon zur ersten Höhle gehen Und ich habe mir vorgenommen Ich werde die Vulkanhöhle Zuerst machen Dazu sollte ich mir Vielleicht aber trotzdem Nochmal eine Armbrust mitnehmen Und ein paar Grapplinghooks Weil das ist glaube ich Nicht verkehrt Da mit Grapplinghooks rein zu gehen Warum gehe ich wieder hier hin Ich bin einmal gerade im Kreis gelaufen Ich mache vielleicht wieder Sachen Ey Seltsame Sachen mache ich hier wieder So wir gucken jetzt mal Hier oben rein Ne, das war die Die Rüstungskiste Hier genau Wir nehmen mal Wir nehmen mal alle Grapplinghooks mit Und abgesehen davon auch noch den Apprentice Crossbow Und abgesehen davon auch noch 50 Pfeile Ja, obwohl ich natürlich möglichst nicht schießen möchte Aber man weiß ja nie Was sich so ergibt, ne So genau Dann haben wir das eigentlich Oder wartet mal Ich könnte eigentlich theoretisch auch meine Meine Mastercraft Pistol mitnehmen Aber wenn ich dann die Lava falle Näh Dann ist die weg Dann muss ich die neu craften Auf keinen Fall Auf keinen machen wir das Mit der Mastercraft Pistol Pfeile reichen ja auch Wenn man immer schön den Kopf trifft Geht das ja auch Aus einer Mastercraft Armbrust Auf jeden Fall So, ich nehme ja mal von meinen eigenen Fleischreserven Hier mal ein bisschen was raus Einen kompletten Stack am besten Und Bug Repellent Dann nehmen wir mal Zehn Zehn ist eine schöne runde Zahl Dann holen wir uns mal den Bären Am besten Ich könnte ja mal mit dem Kuschelbär rumlaufen Aber der ist so low Dann würde er natürlich auch mal ein bisschen Level bekommen Auf Level 30 Auf Level 30 muss man auch mal sagen Hat er gar nicht so schlechte Werte Also der Lebenswert war ja schon relativ hoch dafür Dass er Level 30 ist Ach komm wir nehmen Brummer Das passt schon mit Brummer Huch Habe ich jetzt eigentlich alles was ich brauche? Ja ich denke schon Eine Waffe Ach ja Moment Das muss ich euch auch noch zeigen Bevor ich jetzt losgehe Es gab ja ein Update ARC wurde ja überraschend auf die Version 241 hochgepatcht Und man kann jetzt Dadadadada Dodos aufheben Guckt euch das mal an Ich habe ihn am Am Bürzel gepackt Und trage ihn vor mir her Auf Händen trage ich ihn Das sieht irgendwie witzig aus Irgendwie sieht das witzig aus oder? Ich finde das voll lustig Wie das aussieht Schön Kann ich den jetzt auch werfen? Haha Dodo Waldwurf So gut So man kann jetzt auch Man kann jetzt nicht nur die Dodos aufheben Man kann jetzt auch Kakao aufheben Also Kakao ist ja mein Kackekäfer ne? Und den kann ich jetzt aufheben Kakao? Wo bist du? Wo ist Kakao? Ich muss Kakao finden Ich muss euch das zeigen Ich will Kakao aufheben Da ist Kakao Der ist auch ein kleiner Marathonläufer Was der hier schon in dem äußeren Ring rumgelaufen ist Das glaubt ihr gar nicht Pick up Genau seinen Arsch vor der Nase Das sieht irgendwie merkwürdig aus Guckt mal Ich habe meine Hände in ihm stecken In ihm hinten drin Hinten drin habe ich die stecken Das ist glaube ich keine gute Idee Seine Hände in einen Mistkäfer reinzustecken Hinten Ich glaube der Käfer findet das auch gar nicht so cool Den kann ich jetzt auch werfen Hui Schön Käfer und Dodo Weitwurf Ich sehe schon die neuen Disziplinen im Ark Park vor mir Das wird lustig So Genug gespielt hier Zurück zum Bären Jo Komm mal her Brummer Warum habe ich jetzt nicht das Tor gleich offen gelassen Ich musste sowieso wieder da durch Ja das sind so Fragen Die kann euch nur mein Veralzheimerndes Gehirn beantworten Warum kriege ich jetzt das nicht hin Durch die Tür zu laufen Das wird sehr schön Dass ich jetzt eine Höhlentour mache Wo ich wieder nichts auf die Reihe kriege Wo mein Skill gerade wieder auf dem Tiefpunkt ist Ihr merkt immer Ich suche mir immer die besten Momente aus Um in die Höhlen zu gehen Ich habe nämlich jetzt auch vor Die härteste Höhle überhaupt Mir vorzuknöpfen Nämlich die die hier direkt in der Nähe ist Diese Höhle mit der Lava Die will ich mir jetzt mal vorknöpfen Wartet mal der Bär braucht ja auch Essen Hier sehe ich gerade Mal ein bisschen hier Aus dem Weg Aus dem Weg Weggeputzt Einfach weggeputzt So Jetzt nehmen wir hier auch ein paar Bärchen mit auf dem Weg Die kann ich dann nämlich auch Als Nahrung mitnehmen Ah Ameisen Erstmal voll in die Ameisen rein Ungebremst in die Ameisen rein gerauscht Das ist ja berauschend Oh ein Kompi Ja die fliegen mir einfach mal so in den Mund So nebenbei Die ganzen Viecher Kann man mal machen Hier Das Viehzeug Nehmen wir auch noch mit Jo Ist da vorne links Und dann sind wir schon da Ein Paraceratherium Läuft in der Gegend rum So hier rechts Jetzt mal schauen Ob hier mal wieder Fledermäuse rumhängen So außerhalb der Höhle Da bin ich jetzt mal gespannt Manchmal hängen die nämlich hier rum So außerhalb So ungefragt Hängen die dann einfach außerhalb rum Hey was denn da Ach ja ich hab ja Groundclutter auch wieder ein bisschen Erhöht Ich hatte ja Groundclutter und Skyquality Immer so ein bisschen auf Auf Null gedreht Einfach weil ich festgestellt hab Dass das bei mir immer ein bisschen geleckt hat Aber jetzt nachdem Arc Wirklich nochmal einen richtigen Boost an Performance Dazu gekriegt hat Läuft das auch mit Skyquality Auf Mittel Und mit Groundclutter auf Mittel Richtig fluffig bei mir Also das ist richtig toll Haben sie richtig gut gemacht wieder Und da hab ich mir gedacht Drehst du es doch mal hoch Und guckst mal wie es so läuft Mal schauen wie es dann auch In den Streams läuft Da werde ich es Naja vielleicht einfach Sicherheitshalber auch nochmal deaktivieren Mal schauen So der Bär Der Bär Der kann nicht mehr Deswegen stellen wir ihn jetzt hier mal Ab Auf Neutral stehst du ne Ja da müsste es der eigentlich klarkommen ne Hier ist ja auch eigentlich normalerweise Nix gefährliches Außer vielleicht mal ein Dilo oder so Das kriegt er glaube ich hin Wenn ich ihn jetzt hier stehen lasse So Erstmal kacken Und vielleicht nochmal schnell ans Wasser laufen Und nochmal was trinken Ah nein Moment Ich hab doch Bären Ich hab doch Bären Im Bären Gib mir mal deine Bären Du Bär Genau gib mir mal Diese Bären Diese Bären Und noch einen Stack Auf Tasch So es geht wirklich nur darum Jetzt das Artefakt hier rauszuholen Um was anderes geht es gerade gar nicht So ich laufe mal rein Schön vorsichtig Oh Gott ist das neblig hier drin Es hat sich irgendwie leicht verändert Kann das sein So die Atmo hier drin Okay da ist der Nebel weg Alles klar Ich hab nichts gesagt So damit wir nicht hier ins offene Messer laufen Machen wir mal gleich Die Sprühaktion die erste So und ich bin mal gespannt Man kann ja jetzt in den Höhlen nichts mehr bauen Das wurde ja Quasi auch deaktiviert Dass man in Höhlen was bauen kann Und ich hab ja hier schon Strukturen platziert Ja so Foundations und kleine Rampen Da bin ich jetzt mal gespannt Ob die noch da sind Oder ob die sich aufgelöst haben In Wohlgefallen Ähm Mir ist schon mal immer noch ruhig Das ist gut Ah da sind noch die Rampen Okay dann kann ich hier an der Stelle Zumindest einfach schon mal nur drüber laufen Muss ich da jetzt nicht irgendwie Eine Jumping Run Aktion machen Oder irgendwelche Grappling Hooks Für verschwenden So das ist gut Das gefällt mir Kritisch wird es ja immer erst in Innen drin so Da wird es ja immer kritisch Hier hatte ich auch noch eine Rampe platziert Kann ich mich auch noch dran erinnern Da vorne irgendwo So Oh Das ist jedes Mal echt Das ist jedes Mal ein Abenteuer Hier in diesen Höhlen Muss ich ganz ehrlich sagen Also da unten ist schon mal kein Viehzeug Das ist schon mal gut Aber irgendwie sehe ich gerade so schlecht Was ist da los Das ist dieser Dampf wieder vor meiner Nase Dass man das nicht deaktivieren kann Also komplett Das verstehe ich nicht So Vorsichtig Hey hier kann man ja auch hoch War ich hier schon mal nach oben gegangen Was ist hier Der Ghillie Suit hält mich übrigens auch ein bisschen frisch Also der hält mich ein bisschen kühl Das wusste ich vorher auch noch gar nicht Guckt mal hier kann man lang Ich habe Angst Irgendwie habe ich Angst Dass ich durchklitsche Da hinten sind ganz viele Kristalle Ich glaube das bringt mir gar nichts Kann das sein Ist da ein Weg nach unten Da hinten Weiß es nicht Auf jeden Fall ist hier unter mir Es nicht empfehlenswert Da reinzufallen Ach guckt mal Da ist ein Weg Oder ist das ein Weg Oder ist das einfach nur Ein Spot zum runtergucken Oder runterfallen Je nachdem Also da kann man sich fallen lassen An der Stelle Und mit dem Grapplinghook Könnte man sich hier wieder hochziehen Vielleicht ist das voll der gute Weg Ich würde sagen Ach ne wartet mal Sind das Foundations Das sind Foundations Höhö Okay Soviel zu dem Thema Höh Oh Dann gehen wir doch mal hier hoch Ne Sieht auf jeden Fall gut aus Man kann ja auch mit den Fliegern Nicht mehr in Höhlen reingehen Also man konnte ja Das habe ich ja auch gemacht Als ich hier gescheitert bin Bin ich ja in die Höhle reingeflogen Mit nem Flieger Aber das geht mittlerweile auch nicht mehr Ist der Skorpion aggro? Wird der aggro? Guckt mal Durch den Ghillie-Suit Sieht mich der Skorpion jetzt auch nicht Scheiße Warum kann ich nicht mein Maul halten? Oh fuck Wah Huiuiuiuiui Das war überhaupt nicht knapp Höhö Vor allem der hätte mich Beinahe hier reingelockt Da ist nämlich ein Abgrund da hinten Das kleine Schweinchen Das war sein Plan Ich weiß Dass man das mit den Fliegern In den Höhlen Dass man das aktivieren kann Ja Dass man das wieder aktivieren kann In den Serveroptionen Kann man das aktivieren Aber ich sag's mal so Für mich ist das auch Irgendwie so ein bisschen Hinbiegen von Regeln Ich finde das schon sinnvoll Dass man nicht In die Höhlen reinfliegen kann Und diese Aktion Die ich da auch gemacht hatte Damals In dieser Höhle Lag auch vor allem Daran Dass ich das nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Probieren konnte Weil ja da schon Dann die 300. Folge war Dann hätten wir Die Bootmutter Nicht mehr geschafft Wenn ich das wirklich Alles dann noch Onscreen gemacht hätte Oder so Deswegen Hatte ich dann da Auch diese Abkürzungsvariante Gemacht Also Kommt das natürlich Jetzt nicht nochmal In Frage Also ich würde das Jetzt nicht nochmal So machen Dann lieber nochmal Mit Grapplinghooks Probieren Und auf eine legale Variante So wie ich das Jetzt probiere Ich muss sagen Mit Gilly Suit Ist das echt Gechillt hier drin Ist das echt super Total super Ist das Ich weiß nur leider Überhaupt nicht mehr Wo dieses blöde Artefakt Gewesen ist Da hinten irgendwo Ne Ah nein Das heißt jetzt Hoffentlich nicht Dass ich jetzt hier Über diese Dinger Rüberjumpen muss Oder Doch ich glaube Das heißt es Genau das heißt es Glaube ich Ah nein Kann man hier nicht Noch einen anderen Weg Nehmen irgendwo Irgendwie Muss es doch Einen anderen Weg Noch geben Das kann doch nicht sein Wie bin ich denn Mit dem Flieger Eigentlich hier reingekommen Ist alles schon wieder Vergessen Das kann doch nie Das ist doch nie gut Wenn ich jetzt hier Versuche hier rüber Zu springen Das kann doch Nicht gut enden Ich bitte euch Freunde Irgendwie muss man doch Irgendwie kam man doch Auch hoch Nach oben Wo da so ganz viele Fledermäuse auf den Plattformen waren Da erinnere ich mich Auch noch Ich hab halt Angst Jetzt hier Wartet mal Wir machen das mal so Wir machen das mal so Wir laden jetzt hier Schon mal Grappling Hooks rein Vielleicht hätte ich auch Zwei Armbrüste mitnehmen sollen Eine für die Grappling Hooks Und eine für Denn ich sterbe ja nicht sofort In der Lava Ich bin ja noch kurz Am Leben Ich spring jetzt hier Und wenn ich irgendwann mal In die Lava reinfallen sollte Versuche ich mich ganz schnell Rauszuziehen Mit den Grappling Hooks Oh jetzt seh ich hier schon Wieder so schlecht Wartet mal Oh Gott Da ging's kurz nach unten Oh Scheiße Oh Gott Oh Gott Da hab ich festgegangen Habt ihr das gesehen? Richtig fies Nein Was ist das denn? Wieso kommt man denn da nicht hoch? Das ist ja mal eine fiese Scheiße hier Oh Gott Das ist ja mal ein scheiß Sprung Darf ich das mal sagen? Ah nein Guckt mal Das ist voll der Umweg gewesen Hä? Das verstehe ich nicht Wartet mal Das verstehe ich gerade nicht Hier bin ich doch schon mal lang gekommen Oder nicht? Hier war ich doch vorhin Bin ich doch hier schon drüber Oder nicht? Weiß es gerade nicht mehr Ich meine doch Dann bin ich doch Dann bin ich hier rüber Genau Hm? Ich verstehe das nicht Genau Da unten hab ich den Skorpion getötet Muss ich mal hier lang gehen Vielleicht Vielleicht ist das der bessere Weg Mal schauen Wir werden es gemeinsam herausfinden Aber nicht mehr in dieser Folge Sondern in der nächsten Folge Ark Survive Evolve Bis zur nächsten Folge Ciao ciao Boah ti